Elfen-Story Pauline Young aus Lancaster und ihre Familie genossen einen dieser schönen, heißen Sommertage im August 1955. Einige Jahre zuvor hatte ihr Mann einen Wintergarten aus Holz gebaut, dessen Türen in einer Weise angeordnet sind, dass man durch das ganze Haus schauen kann, wenn sie ebenso wie die des Esszimmers und der Veranda offen stehen. An jenen besagten Tage, schrieb sie, standen alle Türen weit offen, um die Brise hereinzulassen. Damals gab es weder etwas Besonderes in meinem Leben noch in meinen Gedankengängen, das dieses Erlebnis, von dem ich berichten möchte, hätte bewirken können. Es war einfach nur ein wunderschöner Tag. Wir aßen im Wintergarten zu Mittag. Ich blickte in den Garten hinaus und auf meinem kleinen Teich mit Wasserfall. Ich liebe den Klang von Wasser im Garten. Nach einer Weile stand ich auf und ging ins Haus, um meine Arbeit zu erledigen. Im Laufe des Nachmittags fühlte ich mich genötigt, einen Blick in den Garten zu werfen. Irgendetwas zog mich dorthin. Ich betrachtete Dinge sehr genau. Es kribbelte in mir, so glücklich war ich. Ich erinnere mich, dass ich dachte, so kriege ich meine Arbeit nicht getan und ging ins Haus zurück. Aber ich fühlte mich immer wieder in den Garten zurückgezogen. Ich schaute überall hin, wusste aber nicht warum. Und dass um alles mich her so schön aussah, ich rief meinen Mann. Bill, komm doch mal und sieh dir den Garten an. Er kam und meinte, ja, sieht hübsch aus und ging zurück ins Haus. Plötzlich herrschte im Garten eine völlig andere Atmosphäre. Da ich sie ganz in mich aufnehmen wollte, ließ ich mich in einen Stuhl neben der Wintergartentür nieder. Ich saß einfach nur da, in der warmen Sonne und schaute und schaute. Jemand schien zu sagen, schau nur weiter. Zu Rechten meines kleinen Teiches stand ein etwa einen Meter hoher Fenchel und darunter wuchs eine Hortensie. Als ich in diese Richtung schaute, war ich doch höchst überrascht. Ein freches, kleines Gesichtchen schaute mich lächelnd an. Nur der Kopf und die rechte Schulter lugten hinter dem Fäckle hervor. Ich verhielt mich ganz still. Der Garten schien sich verändert zu haben. Mich erfasste das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Dennoch vernahm ich den Gesang der Vögel und hörte den Klang meines kleinen Wasserfalls. Ich spürte die Brise auf meinem Gesicht. Dennoch schien eine gewisse Stille zu herrschen. Ich lächelte zurück und das Lächeln der kleinen Person wurde noch breiter. Komm heraus und lass mehr von dir sehen, bat ich. Das kleine Geschöpf sprang heraus und stellte sich neben den Fenchel, die Hände in die Seite gestemmt und mit strahlendem Gesicht. Ich schaute genauer hin, konnte aber nicht feststellen, ob es männlich oder weiblich war. Wenn ich dachte, es sei ein Junge, so wurde es recht mädchenhaft und umgekehrt. Es war höchst seltsam und obwohl ich es nicht mit Sicherheit sagen konnte, nannte ich es ein Mädchen. Sie war in verschiedenen Grüntönen gekleidet, trug einen winzigen Hut, ähnlich wie Peter Bahn. Sie besaß rotblondes, kurzes Haar und schien ungefähr sieben Jahre alt zu sein. Sah aber recht weise aus. Ich fühlte mich ausgesprochen wohl mit ihr. Hallo, sagte ich. Hallo, erwiderte sie, ohne den Mund zu bewegen. Ich erkannte, dass ich sie wohl auf telepathischem Wege verstand. Gefällt dir mein Garten, fragte ich in Gedanken. Oh ja, antwortete sie und blickte umher. Er ist hübsch. Ich schaute sie immerzu an. Sie war schön. Der Gottesmann, dem ich folgte, kam mir in den Sinn. Kennst du den Sai Baba? Fragte ich. In diesem Augenblick senkte sie den Kopf und faltete die Hände. Ihr Gesicht drückte unendlich viel Liebe aus. Und ich war so glücklich, dass ich nicht länger an mich halten konnte. Ich musste jemanden an meinem Erlebnis teilhaben lassen und rief meinem Mann zu. Bill, komm schnell! Aber das war ein großer Fehler. Die Kleine begann zu verschwinden. Mit meinen inneren Augen sah ich sie jedoch noch, aber die Grüntöne ihrer Kleidung und die Farbe ihrer Haut und ihre Haare verblassten. Und ich saß bloß da und erzählte Bill, was ich gesehen hatte. Er ging nach einer Weile zurück ins Haus. Ich aber brauchte eine Ewigkeit, bis ich wieder zu mir kam. Seit jenem Tage bin ich mir ihrer Gegenwart um mich herum bewusst. Stets beobachtet sie mich und kommt zu mir herüber, um neben mir zu stehen. Auf ihre Arme gelehnt, hört und schaut sie mir nur zu, was vor sich geht. Ich bin mir sicher, dass sie eine wunderbare Seele ist. Sie ist mir eine liebe, kleine Freundin geworden. Und ich kann das Grün ihrer Kleidung mit meinem inneren Auge wahrnehmen. Es geht ein Strahlen von ihr aus und ich weiß, sie ist Wirklichkeit. Sachte wandert sie umher, als wollte sie mich nicht stören. Etwas sehr liebenswert Vertrautes geht von ihr aus. Ich kann nicht verstehen, warum es gerade mir widerfährt, da ich gewiss nicht einsam bin. Warum sollte ich sie jetzt sehen? Es ist mir ein Rätsel. Aber sie ist ein Schatz. Das ist mir ein Rätsel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020